servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wollen wir uns dem community council mal etwas widmen und zwar mit ein bisschen kritik nicht an blizzard sondern an den spielern die sich teilweise dort tummeln seit letzter woche sind einladungen für das community council den community rat rausgegangen und die leute können jetzt in einem speziellen forum im us-forum schreiben das ist dieses ding hier community council und können meinung austauschen themen anstoßen die ihrer meinung nach verbessert gehören und so weiter und so fort und ich sag mal als normalo der da nicht mit im rat ist kann sich das ganze durchlesen ich selber bin nicht im rat aber ich habe das ganze mit ein bisschen interesse verfolgt weil es mich halt interessiert hat was kommt dabei rum und ich muss an dieser stelle so ehrlich sagen in sachen diskussion läuft das meiste deutlich gesitteter ab als vieles was man sonst aus dem forum kennt das ist schon mal ganz okay man sieht auch anhand der antworten es ist noch nicht so super viel los aber was sich teilweise manche spieler da schon wieder rausnehmen und diese einladung ins community forum als anlass nehmen um ihr eigenes ego hervorzuheben das kotzt mich an so leute würde ich an blizzard stelle direkt wieder rausschmeißen und da haben wir gleich ein sehr gutes beispiel daran wie scheibenmaier leute diese plattform nutzen sich selber zu pushen sich selber in den vordergrund zu spielen zu lügen was das die balken biegen und ich glaube solche leute sind gar nicht daran interessiert dass das spiel in irgendeiner form besser wird sondern einfach sich nur ja präsentieren konkret geht es da um diesen spieler world pvp das kann ich schon mal sagen der ist da sehr präsent aber um mal einen kurzen einblick zu bekommen was es um was es so themen bisher geht tuning raid testing legacy loot also loot aus alten raids solo content torgast burning crusade classic überall geben spieler ihre meinung dazu grinding und so weiter und so fort housing es ist eine weite mischung dabei allerdings muss man auch sagen dass blizzard selber sich bisher noch nicht wirklich in die beiträge eingeschaltet hat ich denke mal die werden erstmal nur still mitlesen weiter hier im ja gut vorstellungsthread sind sie aktiv beim raid testing announcement da cooldowns das hatten wir schon im anderen video pvp gearing also in paar themen schreiben sie hauptsächlich in diesen vorstellungsthreads aber mal schauen ob da noch ein bisschen was kommt aber kommen wir zu dem besagten spieler was ich meinte warum ich seinen namen jetzt erwähne ist letzten endes relativ einfach eröffnet oder hat schon eine vielzahl an threads eröffnet teilweise wurde das ganze auch schon gelöscht unter anderem hat er einen eigenen thread erstellt um sie selber hervorzuheben was von blizzard dann in diesen vorstellungsthread verschoben wurde er lügt was die balken biegen in einem öffentlichen forum und damit muss er dann auch rechnen dass er dafür bloßgestellt wird und das ist auch der grund weswegen ich mittlerweile nicht mehr so das beste gefühl habe was dieses community council betrifft weil ich bisher noch nichts wirklich gesehen habe an high end raidern an high end pvp spielern also leuten denen ich da bei twitter folge die sind da scheinbar alle nicht mit drin und stattdessen irgendwelche leute die meinen sie hätten ahnung aber haben es weiß ich nicht nicht so wirklich versteht mich nicht falsch es ist wichtig dass die breite spielerschaft abgebildet wird also auch leute die nicht high end raiden und nicht high end pvp spielen aber in dem fall geht es um einen spieler der sich als jemand ausgibt er wäre elite pvp spieler und er ist es einfach nicht und verbreitet da sachen zum zustand des spiels die so einfach nicht stimmen während die die wirklich die meiste ahnung haben weil sie auf blizzcon spielen und so weiter und so fort auf twitter die köpfe über sowas schütteln und das finde ich sollte nicht sinn und zweck dieses community councils sein da habe ich einen ganz interessanten beitrag gefunden hier von mac auf twitter und zwar geht es um Herrn world pvp er hat sich da seinen eigenen thread erstellt um sich erstmal vorzustellen danach wurde das ganze in diesem vorstellungsthread geschoben also kein alleingang für ihn und er schreibt da hallo er ist world pvp und ein multi high ranked pvp also ein spieler der mehrmals gladiator titel in seiner vergangenheit errungen hat er spielt seit vanilla und spielt den mönch in höher geranktem pvp sowohl in der arena als auch in rated bgs seit mist of pandaria er spielt hauptsächlich braumeister und er pusht den speck zu zitat den absoluten limits jawohl also da erwartest du wenn das so einer schreibt der hat ahnung von seiner klasse er rated mythic mit seiner gilde und holt sich cutting edge also den mythic endboss erfolgt aber nur dann wenn die mounts gut sind ja sonst nicht das ist der nächste geile witz und am meisten fachwissen hat er im bereich pvp und er rated wie gesagt competitively also kompetitiv seit vanilla und er freut sich dazu zu helfen hilfreiches feedback zu seinem lieblings spiel zu geben klingt erstmal soweit ganz gut was dazu führt auf der einen seite und das kam hier bald auch schon raus dass blizzard hier einen spieler aufgenommen hat der in legion mit bug abusing aufmerksam gemacht hat weil er einen stagger buff also stagger ist ja die mechanik dass der schaden den der montang kriegt nicht sofort eingriff er hat es letzten endes geschafft mit einem bug den er ausgenutzt hat im pvp sich ein bisschen hoch zu spielen nicht auf super hohes niveau und er hat es eigentlich dann nur durch den bug geschafft allein sowas ist schon ein bisschen peinlich die community vergisst nicht aber es gibt halt dann auch die möglichkeit sachen die er behauptet hat zu checken und das haben besagte spieler dann gemacht und wir sehen hier seinen chargut er hat 250er item level im pvp sein höchstes arena rating ist 1728 in der aktuellen season oder das ist ein aktuelles rating das ist nicht high end sein battleground rating ist 1821 das ist auch nicht high end das habe ich mit renders schon mal geschafft denn ich bin eine absolute gurke im pvp maximum rating im pvp rating 2 gegen 2860 3 gegen 3 2160 und im rpg 2590 das ist ganz gut aber wenn man überlegt dass spieler im 3 gegen 3 manchmal über 3000 rating haben ist das definitiv nicht so viel gleichzeitig haben einige leute geguckt was mit seiner behauptung ist zum thema rating und das letzte mal cutting edge hat er wohl vor einigen jahren geholt und steht im aktuellen content bei ein paar hc bossen was an und für sich und wie gesagt versteht mich da bitte nicht falsch vollkommen fein ist jeder soll das spiel so spielen wie er es möchte aber was für mich halt nicht sein kann ist dass solche tut mir leid wenn ich das sage leute die sich da profilieren und irgendwelchen müll erzählen der halt absolut leicht gegencheckbar sind in diesem rat sind sind meine hoffnung dass da was passiert nicht allzu groß also weiß ich nicht blizzard da gab es auch schon eine vergangenheit dass sie weiß ich nicht mit einigen high end pvp an und pve an beef hatten weil die änderungen angestrebt haben oder vorgeschlagen haben was blizzard so nicht wollte und sie dann geblockt haben mehr oder weniger da gibt es einige fälle weiß nicht das kann es für mich nicht sein wenn das ziel ist und das hat blizzard geschrieben sie wollen alle bereiche des spiels abbilden dazu gehören casual dazu gehören familien spieler dazu gehören weil sie nicht jüngere ältere dazu gehören aber auch diese high end raider und pvp und wenn du dann sowas einlädst und zulässt dass da jemand nachweislich lügen verbreitet und weil sie nicht sachen zum stand des spiels beiträgt die einfach nicht stimmen dann weiß ich hoffe ich dass blizzard nicht so viel auf dieses community council gibt und das kann ja eigentlich nicht sinn und zweck der ganzen geschichte sein und er hat da mehrere posts schon verfasst und naja und letzten endes das ist auch der grund weiß ich nicht weswegen ich finde oder wäre ich in diesem community council ich würde mich zu solchen bereichen überhaupt schon gar nicht äußern weil ich da einfach keine ahnung für habe ich habe zwar zu viel eine meinung das kann man auch gerne haben aber sachen dann als fakten hinzustellen und so sachen das und das muss verändert werden weil man selber weiß ich nicht vielleicht für manche sachen nicht gut genug ist ich stelle mich auch nicht hin und sagt pvp ist in einem grauenhaften zustand und viel zu schwer und alle klassen sind op weil ich einfach ein kackbuden pvp bin und ich krieg das nicht auf die kette so und weiß ich nicht das sind so sachen das finde ich irgendwie nicht so schön und das wirft gleich für mich persönlich nicht so gutes licht auf die ganze sache natürlich werde ich dem auch weiter eine chance geben aber ich würde mir wünschen dass da auch wirklich spieler sind weil sie nicht die sich auch wirklich dann im high end bereich auskennen und wie gesagt wenn da jemand dabei ist der es eben nicht kann ist ja überhaupt kein problem oder sich nicht so auskennt aber dann sollte man seitens blizzard nicht zulassen dass da jemand absichtlich fake infos verbreitet und so tut als wäre er der ober pimp da drin naja vielleicht sehe ich das auch nur alleine so aber mich regt so was auf i don't know schreibt mir eure meinung dazu sehr gerne in die kommentare und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video rein gehauen